hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde besiege okay ich war ja stehen geblieben bei den holzgreifen ich habe da auch eine schöne maschine erfunden wo ist die greifer so jetzt bin ich mal gespannt ob das geht so dann nehmen wir erst mal den hier oh ja das sieht doch perfekt aus da liegt noch nicht mal da ich habe extra noch hier ein haar reingebaut also dass ich die büsche weiter weg machen kann und v2 voll cool hat geklappt bei den freien training da ist so eine schwere kugel ich habe es mit der die ganze zeit ausprobiert oder sind vier schwere kugeln ich habe es mit einer davon ausprobiert das hat die ganze zeit nicht geklappt dass er mal nach vorne weg gekippt gleich unten gewicht reingeknallt sechs stück und ja dann hat es zwar auch noch nicht geklappt dann ist der arme abgebrochen okay ich hoffe mal aber ich habe mir gedacht ich hoffe mal dass die dinge nicht so viel braucht okay alle schäfchen killen da habe ich doch auch was schönes ich habe hier eine walze die rattert über durch eigentlich nur das war der greifer panzer panzer 1 also die beiden müssen mit einer feststehenden kanon und da kann ich sie bewegen ist eigentlich genau das gleiche ich nehme die walze so dann fahren wir mal los ja so ja 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 ich musste da irgendwie hoch kommen dass die walze schafft da habe ich auch zur verstärkung hier diese verstreben drin da kommen wir runter geschaffen ohne ich kann ja auch das ist ja perfekt ich habe es geschafft die walze hat geschaffen da ist so ein scharf das war es alle schäfchen weil weise ist so ich kann oben und unten also kann sich da kann umfallen außer auf der seite da kann auf den rücken fallen dann kann er trotzdem weiterfahren vielleicht das ja hier vorne mal ne na egal auf jeden fall ihr seht hier die reifen gut nächste zone was haben wir jetzt was haben wir jetzt was ist das den ersten pass schaffen und den dritten pass ich denke mal das ist ja nicht so schwer da sind bogenschützen obwohl das macht es ein bisschen schwieriger ich denke mal meine walze ist so schnell das ist doch was nein das gibt es doch nicht die mir die reifen auf der linken seite weg geschossen gut ok dann nehme ich ich glaube ich nehme mein schieber das ist auch nicht so gut gepanzert aber feuerlöscher wäre es gut gepanzert das ist ein bisschen langsamer cool nichts passiert nächste zone mit dem vorgefertigten panzer geht es ja richtig schnell oh 60 prozent zerstören da würde ich jetzt meine flugmaschinen wieder nehmen obwohl vielleicht schaffe ich das ja auch mit dem feuerlöscher wenn ich hier die dörfer und so alles zerstöre mit dem aber ich denke das wird nicht ganz klappen da sind noch drei leute so so hier noch ach ach da ist ja noch einer kommt deren her na ok jetzt hängt er fest aber ich denke mal das würde ich es wieso nicht schaffen ich glaube ich muss einen Teil vor der Burg noch mit zerstören deswegen werde ich jetzt wieder mein Flugzeug nehmen naja Flugzeug nicht meine komische Flugmaschine und dann gehts los ich werde zu langsam so sie bringen sich ja gegenseitig um da wie Der sieht gut aus. Okay, jetzt Nein Nein Geh runter, sonst gehst du kaputt Oh 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 Ah, endlich Oh 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 Endlich die Baum Hilfe Das ist vorne, gut dann ist das rechts, das ist aber ganz schön gedreht, dann ist das da hinten Boah Mamma mia Ah, den Turm hätte ich ein bisschen mehr zerstören müssen Boah vielleicht passt das ja auch für mich hier das Haus noch Nein Ah, das hat gepasst Super Okay Das war diese Runde Oh, Dinsel ist kaputt Okay, dann haben wir jetzt ja die erste Runde geschafft so wie es aussieht Dann werde ich hier ein Cut machen und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen Tschüss 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 Tschüss